Ja, nein, so einen auch nicht. Hier, so einen. Naaah! Nein, scheiße, ich mach immer die Walschwerste. Warte, dann kann ich mich damit heilen? Moment mal. Fett geil. Stellt euch mal zu diesen Steinen dann. Was ich da jetzt dann aufbauen werde. Okay. Heilt euch das? Nein. Wobei, ich... Mach das nochmal bei mir. Ja, das heilt doch die Gegner. Also zu heilen tut ja alle, die alle. Ja gut, das ist wenigstens etwas, was mich heilen kann, eventuell. Was? Achso. Jetzt töten die. Los. Die nicht haben. Lerv die Sonne auf ihn. Ich bin still im Schatten, ne? Wir müssen nur länger halten, dann dreht sich die Sonne. Ich kümmere mich vom Vlad. Ja, wenn wir ihn sehen würden, wäre das vielleicht zu können. Ist daneben. Ist er auch noch da, ich glaube nämlich nicht. Weiß ich nicht. Geht mal aus dem Weg. Er ist schon weg. Gut. Ich will den töten. Wow. So, uns fehlt immer noch Hörner. Und ich weiß nicht, wo ich meinen Stein hinwerfen soll. Es fehlt ein Hörner. Kann planen. Warte. War jetzt der Noron oder... WTF? Warum bin ich zu Tetris gegangen? Tetris? Wo? Ich kann mitspielen. So, es fehlt trotzdem immer noch Hörner. Bei uns. Wer fehlt denn? Was geht's denn? Wir sind nur zu weit. Wir sind zu viel! Was? Nein, wir laufen nur zu weit. Wer fehlt denn bei dir? Wer auch immer den Warhammer-Typen spielt. Ich renne auch hier. Der Typ steht vor uns. Ich bin gerade quer durchs Feld geflogen. Jetzt bin ich tot. Wenn du mich nicht gesehen hast, ne? Jetzt sehe ich. Nicht wieder. Ey, kann ich den Korb denn auf meinem Kopf? Zieht ihn mal. Mach den mal kaputt. Komm. Das Juter ist von meinem Kopf runter. Kannst aufhören. Nein, kann ich nicht. So. Lauf da durch. Wie hast du denn diese Steinmauer gemacht nachher? Bestimmt so, ne? Ja. Wurterplaner. Wurterplaner. Scheiße, den wollte ich diesmal nicht. So? So vielleicht? Was überlegst du? Was suchst du? Hm, irgendwie ne Möglichkeit, mich mit den Steinen zu heilen. Ja! Hast du ein Buch? CARMEL! Nein! Nein! Ihr seid alle Pitschpatsch? Aua! 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 Kennt ihr mal das Lied? Uns wäre das gerade sehr peinlich gewesen. Ne, kenn ich nicht. Scheiße, aber das ist wirklich peinlich. Klar. Ähm. Ich muss ein bisschen hier die Angriffsskills lernen. Ähm. Schießt Zeug auf Leute. Aua! Scheiße, das ist unser Tod. Ich bin tot. Aber das Einzige ist immer nur in der Ecke. Unge! Ich hab die Macht! Du hast die Macht nen Scheiß als du. Irgendwo liegt ein Healer-Stab. Theoretisch. Ah, der ist da unten noch. Äh. Könnt ihr nicht da einen Typ töten, der Magie kann? Jo, bin dabei. Das ist nicht der Typ. Jetzt ist er tot. Und bitte mich wiederbeleben. Danke. Warte, ich nehme mir zuerst den Healer-Stab. In meine Wache wieder. Oh, das ist Notfall-Teleportation. Das ist noch cooler. Jo, wo? Wie verwende ich die jetzt? Ah! Lol. Was in der Hölle war das denn? Also, ich kenn aber auch Spells, mit denen man sich teleportieren kann. Weil pass mal auf, ich zeig dir die. Wo bin ich? Scheiße. Da hinten. Was ist denn Zunichtung? Ah, Zunichtung. Der ist cool. Was ist das? Ich wusste ja überhaupt. Oder unten irgendwo wahrscheinlich. Was ist das denn? Entfernt lästige Flecken, Zauber und Statuseffekte. Zunichtung ist 42% effektiver als Konkurrenzprodukte. Ah ja. Kommt gut. Geil. Geil. Macht mal zweimal Blitz. Nein! Macht mal zweimal Blitz. Einmal Feuer und einmal Heilung. Und dann Leertaste. Passiert gerade bei mir. Wie war das nochmal? Zweimal Blitz. Ich muss erst mit Ihnen loswerden. Blitz, Blitz. Feuer. Feuer. Heilung. Leertaste. Flick dich. Nein. Er hat's gemacht. Nein, du lästest mich gerade. Alter. Wir haben einen verloren. Ja. Ist'n er jetzt weg? Wie jetzt? Wann für die Anleitung? Wer hat's gemacht? Achso. War nur ein Toter. Wer hat sich selbst getötet? Ja. Ich wollte schon sagen. Ja. Gehen wir auf den Weg. Einfach nicht drüber nachdenken und weitergehen. Ja. Was? Ich bin auf dem Desktop. Aha. Das hat funktioniert. Ich hab das aber nicht gemacht. Ich hab Schatzensbild. Ja. Ich hab Schatzensbild. Weck dich. Weck dich. Schatzensbild war ich da. Ja. Ey Rubin. Hund. Hör mal auf da. Weck dich doch nicht an deinen Finger. Oh. Authentifizierung fehlgeschlagen. Ich bin rausgeflogen. Ja. Ich bin ganz rausgeflogen. Komplett immer aus dem Spiel. Komplett so BAM. Zurück kommt das so. Ey. Du kommst nicht rein. Moment mal. Hat der Horst gerade das Haus probiert? Nope. Aber der Horst ist rausgeflogen. Dem ist das Spiel abgekackt. Nee. Ich hab's ausprobiert. Mir ist eigentlich nichts passiert. Wir sehen, dass ich tot war. Beziehungsweise weg war. Denn wir überlebt wurden. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut. Ähm. Ja. Loi. Ansichtssache. Und mein Spiel. So optimal muss man das sehen. Ja. Das ist jetzt natürlich peinlich. Ich glaub, das werde ich Spaß schneiden. Wieso? Porno seid nicht gesehen? Aber? Was? Nein. Ich bin noch immer im Spiel. Aber... Ja, ja. Das sagen sie alle. Weißt du, eigentlich geht's grad richtig rum bei ihm. Okay. Von anderen Seiten sollte jeder kennen. Den hab ich denn auch von euch nicht bei Steve. Eventuell mich. Wer bist du denn? Ich kann's stimmen noch nicht zu, weil er noch mal hat. Noob. Mirko ist Noob. Weck mich. Du hast grad eine Letztop-Aufgabe. Okay, dann hast du mich schon. Okay. Achso, wenn wir schon dabei sind. Wen hab ich jetzt nicht. Wen hab ich jetzt nicht eingeladen? Mich hast du nicht eingeladen. Oh. Wie heißt denn das Passwort? Das war's denn? Tuchen. Tuchen? Ist noch immer Biacz? Biacz? Biacz, das ist da wo ihr hinkommen sollt. Ich find's nicht. Wie? Biacz an Port 27016. So gelassene Port, äh Beute, alles. Ne, nicht alles. Schade. Was hab ich jetzt gemacht? Scheiße. Ich hab das Spiel zerstört. Wir sollten vielleicht erst mal gleich zu der Stelle spielen. So. Achso, einer. Ups, scheiße. Daneben. Ich kann ihn onehitten, wenn ihr wollt. Er kann so twohitten, mir egal, ob's er würde. Pfff, macht nur mal den Goblin da weg. Ich heile ihn, okay? Platz deinem. Au, ich hab die geheilt. Ist einer tot? Nö. Ahja, da ist er. Der Zweiter. Jetzt wird die Medeuter zur Tour zurück. Wuh. Pfff. Was bist du? Kannst du nicht auf mich schießen, Junge? Ich kann alles. Diese Hülle ist bestimmt irgendwas. Ich will wissen was. Luft. Pfff. Nein. Falscher Thrill. Ja. Go! Ab in se Hühle. Oh Gott, hier ist dunkel. In sie Höhle. Wer ist er denn hier? Jetzt schon wieder nachsahen so einer. Ich find die nicht erotisch. Oh, der war nix. Ach der, das funktioniert! Sauber! Jetzt bin ich tot. Ja, ich hab dich weggebannt. Haha. Ach, was war der denn mit den Blitzen? Nein, warst du nicht. Ich war das aber, ich hab jetzt einen anderen. Keine Ahnung, was mich halt. Nix. Guck mal, doch, das hier halt ich jetzt doch auf einmal. Ja, das war aber nicht dich. Eis-Stopp. Eis-Stopp! Ah! Sorry Bros. Nein, nein, nein! Leute, wir sind alle tos. Nein, ihr lebt alle. Dafür sorg ich. Ich bin noch der... Weiß er nicht, wer bin ich denn? Ja, ich hab Heiligen Schild. Was bringt der mir jetzt? Ich hätte lieber mal ein Maschinengewehr wieder. Ah, hab ich auch. Aus dem Weg. Nein. Oh. Komm jetzt, siehst du an, Leute! Ja! Geht doch, ja! Toll, danke. Kackpratzen, Mistvieh. Wird eventuell so gütig sein, so wieder blöd. Ja, wollt mir nur vorhin ein Schild holen. Ach so. Also Heilung heilt mich auf jeden Fall nicht. Blitze tun's, weiß ich nicht. Ich nicht. Das ist ja faszinierend. Blitze tun's auch nicht. Ja, komisch. Schild auch nicht. Kann man Lena einen Arcanstrahl in irgendeine Richtung machen? Können wir mal was austesten. Arcanstrahl? Ja, hier, warte. Ist das nicht der hier? Aber, genau, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Geh mal weg, der Blaue. Nein, das halt ich nicht. Ah! Haha, geil! Kann man Bindeln? Jaaaa! Entschuldigung, das war unabsichtlich. Können wir den auch zu viert machen? Müssten wir erstmal machen. Ich glaub, jeder geht mal in den Eckesraum. Ich würd ja gerne jetzt wieder auf den Eckesraum. Also, dann könnte ich das auch machen. In der Ecke, ey. Wenigst in der Halbkreis, Mann. Nicht einen. So, in welche Richtung? Kombiniert irgendwas. Ja, jetzt zum Eingang. Beingang. Okay. Und go! Oh! Jaaaa! Schemo! Wir sollten nicht die Strahlen kreuzen, Leute! Auf keinen Fall die Strebe kreuzen! Ach, scheiße. Was war das denn für ne Scheiße? Achja, das war ja... Los! Los, jetzt! Los, die Strebe kreuzen! Was war das denn? Was war das denn? Wie war das denn? Was war das denn? Geht dir amok? Oh! Bleib stehen, Alter. Hau ab! Könnt keiner vielleicht zu hilfig sein? Könnt mich irgendjemand werden? Scheiße. Ich schließe mich hier auf EIN Nicht dran Heilung 16 Zelt Der tut Lalalalalalalalalalalalalalalala Ähm hier Schluck Schluck Specht Nein Aus dem Weg Zu spät Ich hab ne Pistole Sehr geil Ja ich auch Ich hab aber keine Pistole Ich hab Maschinengewehr Was ist jetzt besser mein Kind Er ist letztlich noch tot Hier Unwissig sein Das ist besser Alter Ich würd mal sagen Du lagst Hang Over Das ist besser Das ist besser Das ist besser I've been drinking to my tissues Das ist so für der Scheiße man Freiheitsgranate? What the fuck Atemberaubender Knüppel Ne ich wollt die Freiheitsgranate haben Die müsste hier irgendwo Geht mal weg hier Ich will mal kurz gucken Ich hab hier irgendwo gerade Freiheitsgranate gelesen Na egal Wollen die da wieder rein und die Schilde holen oder wollt ihr einfach weiter? Hm Auf jeden Fall Heilung Ja ich hätte auch keine Heilung aber ich weiß nicht was mich halt Drück doch einfach mal Tab dann wisst ihr es Nein Verstehen nichts Vielleicht hast du hier Ihr habt alle Blitze heilen ihn Hm das halte ich nicht Nein Blitze heilen mich auch nicht das war der andere Den dann mit seinem Maschinengewehr heilen Nein Nein Ich könnt auch normale Sachen heilen Wenn normale Heilung heilt Ich Nur nicht wenn sie von mir kommt Aber wir könnten die Heilungsströme kreizen Ich glaub da können wir nicht sterben Ist möglich Äh naja Vielleicht halt ihn nicht so lange ein Schild hat Alle vier Nein Ich heil doch sonst nichts Ähm Glaube ich zumindest Oh Oh Ne Irgendwann musste er heilen Ah ok